es geht weiter hier in dieser Welt was ist denn da oben da war ich doch da war nichts da ging es nur zu diesen wieder typ ich will wieder den schweren Schicksal was wir noch mal schlagt sich mehr ab als diese Anführungszeuge aber ich möchte es hier noch hinaus zu 40 Minuten 40 Minuten no way Hilfe Hilfe oh du bist echt stark ich verschenke mich was war denn jetzt hier ich weiß nicht ne Höhle ne Greg ne Greg das ist für ne Höhle das ist ne Eishöhle würd ich mal sagen was war denn da drin da bis hin gehts weiter da muss man gar nicht her egal hier muss man echt nicht her aber wir haben den Christ ich wurde vereist ich glaube level 13 ist gut hier ich weiß wo man weiter muss ich auch ja du hast mich auf die falsche Fährte zu den Yetis ne nicht zu den Yetis ja sicher ach so ein Bullshit na klar ach du hast keine Ahnung du hast keine Ahnung da runter ne da musst du dich hoch bleib doch mal ruhig ey ey ich bleib immer ruhig aber wenn du sowas raus provozierst krieg ich ja nix dafür boah wie er mir gibt ne der richtig böse ich muss wirklich Knollen essen Knollensalat ey Knollensalat Knollensalat meine Spezialität da ist ja nur Knollen und ab und zu mal was auf dem Tisch liegt ey was ist denn hier passiert ich würde mal sagen die Lawine hat den See verschüttet wo ist der Yeti der ist weggerannt pass um du hast ihm erst geholfen und dann rennt er weg wie untreu die Yeti sind wie Lord Heart ey Lord Heart ey wenn einer Lord Heart kennt äh schreibt das hehehehe wenn er das kennt ey dann äh ist er richtig cool toll die geben das einfach bei Google ein dann finden sie es ja die wissen ja nicht wie er geschrieben wird ach ja die geben es einmal mit D ein einmal mit T und einmal mit mit DT einmal mit TD und einmal mit H und einmal mit ja das ist alles falsch ja deswegen ey wenn einer Lord Heart kennt bestemann ja ist so ja so wo soll ich denn lang rechts erst mal zu der Truhe oder hätte ich jetzt auch gesagt nur Waldkraut 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 da ums noch eine ich sehs da kommst du nur wenn du andersrum gehst ich sehs gut die geht die geht ich komme jetzt aus die 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 damit ihr es wisst muss ich schon wieder den Boss machen oder was ich muss heute eine Blu-ray rippen weil ich sie nicht abspielen konnte wieso konntest du dich nicht abspielen weil man die Software die für die mann Blu-ray Laufwerk dabei war nicht mehr kompatibel ist für die neuen Codes von Blu-ray das ha 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 so muss ich die er musste ich meine eigene Blu-ray die original hatte rippen damit ich sie sehen konnte in ein anderes Format und dann dachtest du ja einfach nur LED und der LED Rippe war dann auch so der Fall hab ich mal eben dann gemacht PAYPLAY das war auch das letzte Mal ich mir eine Blu-ray gekauft habe aber aber das war doch bei den DVDs auch am Anfang so ja genau Stefan Style Stefan Style du erzählst mir kalten Kaffee ey von vorgestern ja wenn das Video oben ist ist sowieso schon ewig ja da gibt es keine Blu-rays mehr echt ey da gibt es DVD 2 oder so ne ne da gibt es Red Rays Red Rays Red Rays ey das ist Red Rays das ist Red Rays äh du stirbst gleich ich sehs ey Mann bleib doch mal durch was ist der Typ warum geht nicht du kennst mich doch wieso wieso kriegt man Walkraut wenn es eh nicht hilft gegen die Verwissung ich hab doch keine Ahnung Stärkung zwei und abwehr um und 2 es ist die die geile die gefolter ab er geht mir vor einer ab wir machen nicht schlapp weiter weiß ich nicht von Wolle von Reinhard Mai Reinhard Mai hatte sowas bestimmt nicht aber die sehen auch so gleich aus ja wo denn wer hat das dir gesagt du willst dich verarschen ist doch so du meinst der heutige Wolle ja sicher ja der vielleicht ein kleines bisschen kleines bisschen das wieder die Untertreibung ist übertrieben schleppte Opferkinders die Weibers ab die Verwaltung macht überhaupt nichts aus genutzt ey was denn alles in Ordnung hier ja ja genau ey ich muss endlich zum neuen Raum das ging mir richtig auf die Eier hier gesagt sag guck mal ey was ja das ist neu hier einfach nö war nix ja war überhaupt nicht normal ey war alles normal ich weiß gar nicht was du hast ja ich bin aber nur zu blöd ja endlich gibt das zu Atai ey geil was gibt's hier noch nix ein Kristall hier irgendwo versteckt vielleicht aber den ganzen Eiskristalln ne kann man hier was unter ne ne vielleicht ist unterm Stein ein Loch unterm Stein ein Loch aus mir löchern mein Platz nicht ihm ist der Kragen geplatzt boah ey ich merke jetzt wird's erstmal chillig wieso nach dem Boss äh überhaupt nicht klar ey das ist erstmal schön bisschen Ruhe angesucht ey was ist passiert wenn ich hier jetzt runtergehe nein bitte nicht was passiert denn dann man ey da musst du alles von vorne machen echt ich keine Ahnung das ist ne Höhle waren wir in dieser Höhle ja sicher na klar da kamen wir her wie wie wir kamen da her nein keine Ahnung wo das hinführt kannst du ruhig hingehen und gucken nö na gut dann nicht vielleicht ist das ein Elixier gewesen ja dann ey boah dann wir ja vielleicht hallo da musst du doch gucken müssen wir nochmal zurück später ich halte dich nicht auf wenn du gerne gucken willst dann mach das mal gucken was guckst du echt mal ich muss kurz die Attacken nochmal ja auschecken so das geht so das geht so und so ist abwehren haben wir Magie? nein du fragst das immer ey du bist doch derjenige die Magie kauft ich kaufe nachher einen Atomring oh nein Yeti was macht denn wo ist der Yeti böse ich dachte der mag uns Yeti wirft mit Eiskristallen oh er spackt ab oh er spackt ab Aua 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 ich hasse diesen Boss ey der ist echt scheiße ich laufe ich laufe ja in jeden Kristall rein ich merks ich merks Nu Wuiui oh So wie geht's auch mal zu Ende? Bist du da hoch, gehst du nicht in den Haus, ey. Danke. Zwei Knollen, ey, das wird nicht einfach. So magst du doch am liebsten. Ja, meine ganzen Knollen wurden aufgegessen. Ich war gar nicht am Start, ey, als du die benutzt hast. Hä? Da hatte ich noch voll, ich hab auch gar nicht so viel gebraucht. Was? Nicht, dass ich mich erinnern kann. Ja, was jetzt? Ich hab jetzt die Hexe. Verstehe das einer. Muss er sich zurückschlagen? Ja. Ja. Das war gut. Ja, war schlecht gemacht von dir. Bist du wie Zelda. Bisschen Zelda muss immer sein. Jo. Schönen Ding, du du Bars mäßig. Er verwirrt mich ja schon ein wenig. Das trifft dich. Das trifft dich. Komm, ich heim mich. Mit. Oh mein Gott. Ey, noch drei von denen. Kein Zinn, nein. Ich hab noch Zauber. Hm? Ey, nein, ich möcht' das nicht auswählen. Ausgerüstet. Ey. Das ist einfach was Gutes getan. Und das. Junge. Ich hab' geschlagen. Warum bleibt der Boss nicht so die ganze Zeit? Keine Ahnung. Noch leichter wär' jetzt der Gocke, ey. Ach, komm schon. Ey, später, spackt wieder deine Aufnahmen ab. Warum? In nem Schneestuhl. Oh nein, ey. 240p. Bars. Was kommt denn jetzt? Der Fledermaus-Typ. Echt? Kommt er schon jetzt? Ich glaub' ja. Geil. Was soll der eigentlich darstellen? Ein Phantom der Opa. Die kann man nicht treffen. Ne. Die machen gut Schaden. Ja, vor allem ist die Stolzung auch nicht so toll. Also wegen der Latency. Ja, gut. Das muss man immer bedenken, ey. Das ist leider so. Leider Gottes. Jawoll! Können wir das mit dem Super Nintendo aufnehmen sollen? Ja, wirklich. Immer schön nach... zu mir kommen und dann... Mh-mh. Vergräber aufnehmen. Das ist ja echt geil gewesen. Wieso zieh ich so wenig ab, ey? Da hätte man sich 10 Stunden wahrscheinlich da eben hingesetzt. Das ist unfair, wenn die dich einmal haben. Ja, das ist das Problem. Ähm, wie viel haben wir denn noch? Der Letzte. Weißt du, jetzt kann mir nur noch Liam helfen. Ja. Was machst du da? Ich werde die Löwenklau ausrüsten. In Gottes Namen. So. Und dann... Zu guter Letzt... ...mein Trumpf. Zauberschaluppe. Die Schaluppe! Du willst echt deine Dings opfern? Wie, was opfern? Deine Zauber? Wieso? Die kann man doch eh wieder kaufen. Kann man den heiligen Zauber wieder kaufen? Natürlich. Ich wusste ich gar nicht. Ich hab die nie benutzt, ey. Weil ich dachte, ich bin einmalig. Sag, Eisdämon. Warum macht ihr denn mehr Schaden? Warum macht ihr denn mehr Schaden? Ich hab's geahnt. Weißt du, ich hab's geahnt. Das ist doch ein Eisdämon. Eisdämon am Arsch. Boots. Jetzt geht's ab. Serious Business. Am besten noch den Eispanzer wegrüsten, dann wär's ja auch kein Problem. Null Schaden. Ja. Du solltest gleich das Zeitliche segnen. Boah, ist das spannend, ey. Das ist richtig spannend. Ich kann mich kaum auf dem Stuhl halten. Oh, oh. Die geben dir auch nicht sehr viel Regenerationszeit. Das ist wahr. Also wenn du einmal getroffen wirst und du bist in so'n Dings da drin, ey, dann fliegen die dich kaputt. Was? Der Windzauber. Das ist jetzt richtig kacke. Wie sagst du, der Windzauber halte ich. Nein. Ja, gib ihm. Ja, du vertraust einfach. Nein! Meine Knollen. Ich wusste das nicht mit dem Zauber. Wie bitte? Ich wusste das nicht mit dem Zauber. Kauf mal Knollen. Nee, ich schaff' ihn jetzt ohne Knollen. Hyuh. Höh. Nrgh. Unser schönes Geld. Ja. Sollte ich diese Lederjacke holen. Nrgh. Warum sie sich scho? Und diese schöne Lederjacke koffen. Ey, dieser scheiß Eispanzer Nein, der ist besser Weißt du, was ich ausfüsten werde? Ich werde hier Hier, Titaniumweste Ja, genau Nein, ich werde die Waldweste nehmen Die ist scheiße Ey, Mann Ihr heult Wo muss ich lachen? Irgendwo da oben, ey Irgendwo da oben Wartet die kleine Cantaluppi Oh Gott Jetzt kommt, ey Beste Stelle, ey Wirklich die beste Stelle Ich liebe diese Stelle einfach nur Ich werde eigentlich entschieden von den Leuten Die das Spiel entwickeln, dass sie den da hinstellen Ich hasse es, ich hasse es, ey Ich werde jetzt einfach hochklettern Wie ist es? Klappt doch Die Schatulle hatte ich, ey Die Schaluppe hatte ich Hunger Lass mich doch in Ruhe Ich kann nicht durch die Bäume Nein, kannst du auch nicht Pass auf dich, hier sind Bäume Ja, war das Spiel von 96 Ich bin doch fliedlich, du hast gesagt, wenn ich nicht fliedlich bin, dann bist du auch fliedlich Die haben dich verarscht Man schau hin Ey, wir hatten die Gegner kurz bevor, er wäre fast tot gewesen Was sagst du, wo bist du überhaupt? Ich bin hier Du hast dich irgendwie aus dem Staub gemacht gerade Ich bin doch da, ey, hallo? Ja Ich bin doch da Ja, ist gut Achso, ey Aber weiter weg Nein, ich bin hier, genau Wie immer da Das hat sich gerade anders angehalten Ey, verarsch mich nicht Ich meine es aber ernst Das mache ich nicht ernst Och, ey, nochmal den Boss machen, ich glaube es nicht Klar, wenn man stirbt, muss man den nochmal machen Dann haben wir, wir sind schon gleich oft gestorben Bei Bossen Ja Ich bin beim Stropion zweimal verreckt Und du bist einmal bei Scaluto, Coli und Demir Ja, beim nächsten Boss werde ich auch keine Knollen übrig lassen Dann gehe ich halt vorher in den Laden und hole mir welche Ich habe da kein Problem mit zurückzugehen Ja, dumm ist das Dumm ist das Hey, weißte, die ein spielen halt auf Sicherheit, in die eine halt nicht, ey, so ist das eben Soll ich schäme auf Sicherheit zu spielen? Nö 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 Weißt du, es ist halt so, was ist, klar, wenn die Leute hier sagen, so Ey, Style ist viel besser, das ist halt klar Das sag ich, auf jeden Fall, aber ich sag nur Wenn du jetzt so sagst, dann sage ich, oh, Weg ist viel besser Nö, machen die nicht Die werden dann sagen, äh Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja. Ich lasse dir noch Zeit. Wir müssen Schnitt machen. Ach so. Ist schon 20 Minuten rum? Ja.